Was geht ab Freunde Sascha von SkillgamingTVs Video und herzlich Willkommen zum ersten Team of the Year per Gopening von mir auf unserem Kanal Und im Hintergrund seht ihr schon die 5 Spieler die man im Moment sehen kann Nämlich die 5 Abwehrspieler im Tor Manuel Neuer mit einer Gesamtbewertung von 96 Richtig krasse Werte, einfach überragender Keeper, dritter Platz bei der Wahl zum Weltfußballer Meiner Meinung nach hätte er 1. oder 2. werden müssen, aber das ist jetzt egal, kann man eh nicht daran ändern Rechtsverteidiger Philipp Lahm auch sehr stark Sergio Ramos haben wir in der Innenverteidigung Genauso wie David Luiz, meiner Meinung nach müsste da eigentlich Boateng hin Und als Linksverteidiger haben wir wieder einen Innenverteidiger, nämlich Thiago Silva, ebenfalls von Paris Saint-Germain Da müsste eigentlich Alaba oder Marcelo hin, aber Naja, was sollst du machen, richtig geile Spieler, trotzdem obwohl 2 Spiele davon es nicht verdient haben Aber damit muss man sich abfinden, kann man nicht daran ändern Und deswegen, ja, ich bin mir auch zufrieden, wenn ich Thiago Silva oder David Luiz ziehen würde Wir haben hier noch ein Season-Ticket-Set und ein Gold-Set mit einem Set Die öffnen wir ja am Anfang und ich weiß noch nicht, kurz nochmal zu sagen Ich weiß noch nicht, ob ich das mit einer Pack-Serie mache, diese Folge In dem ihr entscheidet, wie viel Packs wir nächstes Mal ziehen Aber ich denke mal, ich werde das so machen Also ich bin schon ein bisschen nervös, deswegen verspreche ich mich manchmal Und ja, also für jedes Like oder Dislike Ich will mir natürlich über ein Like eher freuen als über ein Dislike Das ist natürlich selbstverständlich Ähm Ähm, ziehen wir ein Pack mehr Also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Pack-Openings zum Team of the Year sehen wollt Öffnen hier das erste Set mit 3 Setnen drin Hier haben wir gleich mal Samir Nasri drin Der müsste ein bisschen wert sein Allerdings haben wir nur 5 Plätze auf dem Transfermarkt, frei auf der Transferliste Wegen den ganzen irischen Nationalspielern Das können wir mal speichern Bufon noch gezogen Ist der was wert, den können wir nochmal schnell nachgucken Oh ne, ja, können wir abschließen Das bringt nicht so viel ein Vielleicht 200 mehr als der Abschlusspreis Und hier seht ihr auch schon die Spessel-Sets 15k, 25k Promo-Sets Ne Und ja, wir werden nicht so viel ziehen Weil ich eher, ähm Freitag und am Sonntag Mehr Packs öffnen will Zu den Stürmern und Zu dem gesamten Team Aber da wird die, ähm Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit noch geringer sein Einen Team of the Year zu ziehen Allerdings muss ich auch sagen Diese 25k Promo-Sets sind die beschissenen Also die Schlechtesten Spessel-Sets Die es gibt Meiner Meinung nach Oh, was war das denn gerade? Ich hab nichts gemacht, aber egal Ja, ich find die richtig scheiße Zwei Spieler, drei Setten Da ist meistens nicht so häufig was Gutes drin Deswegen öffnen wir hier erstmal die 15k-Sets Die kann man sieben Tage lang Jetzt nur noch sechs Tage und drei Stunden lang zieren Ähm, also eine unbegrenzte Anzahl an 15k-Packs gibt es Aber sowas Äh, so viele guten Sachen haben wir im ersten Pack schon mal nicht drin Also sehen wir uns beim nächsten Pack wieder Nächstes 15.000 Münzen-Pack Jumbo-Premien Gold Set Mit Tim Howard Drauf Er ist auf dem Cover Mal sehen Ob wir vielleicht ein Team of the Season in diesem Pack haben Ich hab noch nie ein Team of the Season in FIFA gezogen Vielleicht jetzt Ah, Thiago Bayern ist schon mal richtig mit Neuer und Lahm Aber Ja, leider noch nicht ganz der richtige Spieler Aber vielleicht fängt das hier schon mal ein bisschen gut an Thiago eigentlich ein guter Spieler Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten 15.000 Münzen-Pack Wieder Bis gleich Eins Muss ich noch sagen Wenn ihr gerade das Pack-Opening guckt Machen wir wahrscheinlich Im heutigen Livestream ist gerade 20 vor 4 Am 13.01 Und wir machen um 17 Uhr einen Livestream Auf unserem Twitch-Channel Ähm, der Link dazu ist in der Beschreibung Oder ich hab auch ein Video dazu rausgekommen Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen Wollte ich noch mal kurz erwähnen Also ich denke mal dieses Pack-Opening Wärts so gegen halb 6 online kommen Da werden wir gerade Livestream Also schaut sehr gerne vorbei Würden uns ziemlich darauf freuen Wenn wir so ein paar Zuschauer bekommen Bei unserem ersten Livestream Ja, also wenn ihr Zeit habt Guckt gerne vorbei Und wir öffnen hier das dritte 50k-Pack Ich weiß noch nicht wie viele Packs wir öffnen Beim nächsten Pack-Opening entscheidet ihr Das wie viele Packs wir öffnen werden An den Likes und Dislikes Also vergisst das nicht Würde ich mich ziemlich drüber freuen Wenn ihr für das erste Pack-Opening Zum Team of the Year Einen Daumen nach oben geben würdet Und ja, dieses Pack haben wir Leonardo, ein Brasilianer gezogen Ich glaube, keine Ahnung, welcher Klub das ist Brasilianische Liga wahrscheinlich Ne, koreanische Liga ZM zu ZM ist auch manchmal etwas wert Das Logo bockt eigentlich auch Auch glaube ich von Korea Aber ich bin mir nicht sicher Weiß ich nicht genau Habe ich jetzt nicht drauf geachtet Leone Messi Zweiter Platz Gewinner Cristiano Ronaldo Ja, Cristiano Ronaldo Ja, kann man schon sagen Das verdient Ich war für Neuer Aber Passt schon kein seltener Goldspieler hier drin Also Wir werden nicht unter die Eine Million Grenze Dieses Pack-Opening gehen Ich denke mal Wir öffnen noch 2,50k-Packs Vielleicht noch einen guten Spieler ziehen Dann vielleicht noch So 3 bis 4,50k-Packs Oder wir öffnen gleich noch 1,25k-Pack Vielleicht mal Und dann ist 15k-Pack Das seht ihr gleich Wenn ich die ganzen Objekte Hier gespeichert Oder verkauft habe Alaba Messi Tim Howard Und Eden Hazard 1.25k-Pack Ja, 3 seltene Spieler Naja Mal gucken Was das bringt Unser bester Spieler Ist Sanja Wo sie von vornherein Dass die Packscheiße sind Kann man alles abstoßen Aber ich würde noch sagen 1,25k-Packs Öffnen wir noch Ein Nose-Pack Das letzte Pack Für dieses Pack-Opening Für dieses erste Team of the Year Pack-Opening Nose-Pack Ich gucke weg Mal sehen, welchen Spieler wir drin haben Und wir haben Oskar drin Und Oskar Könnte ein bisschen was wert sein Oder, oder, oder Ja, 5.000 Wird drauf geboten Immerhin Haben wir einen guten Spieler gezogen Stellen wir nochmal kurz drauf 4,2 Und dann war es das von diesen ersten Team of the Year Pack-Opening Ich würde mich, wie gesagt, über einen Daumen nach oben freuen Und ihr entscheidet, wie viele Packs wir beim nächsten Mal ziehen werden Vielleicht, weiß noch nicht Morgen wieder ein Team of the Year Pack-Opening Also es werden ganz viele Pack-Opening schon kommen Verspreche ich euch Die Münzen habe ich, glaube ich, dafür Also, bis zum nächsten Video Haut rein Und wie gesagt Schaut gerne bei unserem Live-Stream vorbei Link in der Beschreibung, wie ihr da hinkommt Bis zum nächsten Video Und Ciao